Moin Moin aus Oldensburg. Dies ist einer unserer VS-Sissi-Standorte. Doch was heißt VS-Sissi eigentlich genau und was kann sie? In unseren VS-Sissis können Sie alle Servicedienstleistungen entgegennehmen, die Sie in einer herkömmlichen Filiale sonst am Schalter erledigt hätten. Sie gehen durch eine Lichtschranke hier vorne, die angebracht ist und schon ist der Mitarbeiter hinter dem Bildschirm zu sehen und ist für Ihre Anliegen verfügbar. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Konto haben, beispielsweise zu den Umsätzen, wenn Sie Rechnungen überweisen müssen, wenn Sie etwas über Ihre Karten und Kreditkarten wissen wollen oder wenn Sie Probleme beim Online-Banking haben, dann besuchen Sie uns gerne in einer Ihrer VS-Sissi-Filialen. Wir freuen uns auf Sie!